servus und hallo ich begrüße euch und zwar werde ich mal wieder was in item shop zu sagen let's go freunde und wie man schon da sein kann ist dieses paket no way home paket in item shop und ich werde euch mal das ganze vorstellen und zwar ist dieser spider-man skin in verschiedenen farben in rot und in schwarz schwarz gold dann hinten dieses back blinkt dann ist die mj das kind gehört nur dazu dann dieser rucksack also baseball schläger und ist immer dass man die maske runter machen wir werden uns jetzt mal das ganze anschauen letzte freunde wir sind auf meiner eigenen mehr und hier nun glocke aktivieren wir werden die waffen auslösten wir haben diesen mts gehen genommen mit diesem baseball schläger und hinten diesen backblick rucksack dazu haben wir dieses snowboard das ist von diesen krupp klären die passt jetzt doch ganz gut dazu dazu habe ich so schwarze lama lackierung genommen die war leichter bis er rot ist zu herzen so wie man mit der hand schießt oder so schaut das ganze auch von hinten schaut ganz cool aus so hat sie die pickaxe eben diese baseball schläger und so wie man auf eisen schlag wir werden uns den ganzen skin jetzt so nur mehr wo schon wir von vorne aus schaut das ist der mts gehen schaut ganz cool aus mit der bomberjacken schaut ganz cool aus und so schaut das ganze erst wenn es groß ist und wir werden uns den anderen skins an und schauen jetzt kommen die software neb den spider-man skin jetzt ausgerüstet so schaut das ganze aus mit dem snowboard ich finde es passt irgendwie ganz cool zu spider-man da sind noch mal die waffen die waffenlikierung ist die selbe wie bei der mj so schaut das ganze aus wenn du schießt die pickaxe ist auch das selbe dieser prügler da der baseball schläger mit den spinnnetzen schaut ganz witzig aus so schaut das ganze aus dann werde ich noch mal sagen dieses emote wenn er eben sie masken aber dort und dann werde ich nur mit sagen weder zu erschöpfen von so schaut der ganze skin aus mir gefällt einfach mit masken besser mit folgender schwarzen variante einmal besser aber das ganze wenn wir uns jetzt in game u schauen jetzt kommen wir haben jetzt den skin ausgerüstet wir gesagt dieses paket beinhaltet spider-man in rot spider-man in schwarz so wie man jetzt ausgerüstet hat mit mj dieser pickaxe diesen baseball schläger und dieses mode eben dass man die mütze eben runter da kommen oder maske in dem fall und von dem her mir gefällt er einfach so schwarzes teil besser den moment gott springen finden irgendwie richtig cool diese schwarz gold folgt mir am besten von allen war der einzige grund ich habe zwar muss mich deshalb bei mr mulch entschuldigen wir haben eigentlich gesagt warum sollte man sich das paket kappa war die verführerische ort das eben der spider mentor in schwarz gold ist der war einfach zu groß einfach der einzige manko was jetzt in dem sekt diesen baseball schläger nicht in schwarz wir sind jetzt in den geschäften erinnert dann zeige ich den skin noch mal so so schaut das ganze mit maske aus hier wird es aber eigentlich nur mal wenn er die maske runter wird ihre dann ausschaut okay ja so schaut er aus ob mich probleme machen gut das muss jeder selber wissen das paket kurs 2300 wie bugs also 2 skins und die variante ist schon klar die pickaxe auch noch mal den skin kann man noch mal separat kaufen kostet 1500 wie bugs findet jetzt schon ganz schön viel für uns können allein weil sonst hätten wir noch mal für die pickaxe dann einmal extra zahlen müssen und da habe ich irgendwie keine lust drauf gehabt vor allem wo es nicht mehr richtig cool können dass wenn wenn man die spider-man fähigkeiten hat dann schaut es natürlich nur mal richtig cool aus als schwarzer spider-man so ja freunde warum dass ich mir den skincar vertrete weil man einfach dieser schwarz goldene spider-man einfach muss jeder selber wissen von dem her wenn euch das ganze video gefallen hat lasst ein like da benutzt meinen kanal aktiviert die glocke checkt die anderen reviews aus euch der captain mitsi tschau danke servus pfitt euch ja